So, Leute, willkommen zurück zu Tales of Visperia Definitive Edition, weil im letzten Mal sind wir aus der Villa des Gouverneurs entkommen, haben Zagi auf einem Schiff bekämpft und sind jetzt in der zweiten Hälfte der Hafenstadt in Torim, Hafenstadt von Torim, heißt das glaube ich, lass mich mal gucken, ja, Hafenstadt Kapur Torim Und sind jetzt in der Gaststätte und hier wollen wir mit Flint, diesem Ritter da reden, ihr wisst schon, es gibt viele mit dem gleichen Beruf auf der Welt, aber wir gehören nicht alle zur selben Wilde Was ich damit sagen will, ist, dass ich mit dem Blutbund nichts zu tun habe Gut, hallo Mädel Oh, hallo ihr Süßen, hättet ihr Lust auf ein kleines Spielchen mit mir? Wenn ihr glaubt, ihr hättet schon gewonnen, weil ich eine Frau bin, dann habt ihr euch geschnitten Äh Ich bin ein weiterer Bocken als die lausigen Kerle hier Ich dachte, Spielchen, ach egal So, wieder links Genau Oder auch nicht Das Zimmer sieht schön aus Wow Das Okay, das war Zufall Okay Aber wenn ich mir so angucke, wie die Tales of Spiele aussehen Ich meine, ich habe ja noch mindestens zwei Tales of Spiele, die ich machen will Nämlich Tales of Berseria und Tales of Cisteria Also Die werden wahrscheinlich ähnlich geil aussehen wie das hier Und wenn sie genauso viel Spaß machen wie bisher jedes Tales of Spiel, dann Ich werde mich freuen Ich werde mich freuen Untertitelung den ZDF, 2020 Ich glaube, ich habe mich nicht gesehen. Du hast mich entschieden. Ich hoffe, ich habe die Ziele geschlossen. Was ist das, was er? Okay, los geht's. Diese Person ist der Jöder. Eh? Oh, du bist wieder. Ich verstehe. Und was? Ich bin einfach nur der Jöder. Ich bin sogar ein. Das ist wirklich. Das ist die Vögel der Vögel des Vögel des Vögel. W-Welt? Ja. Der Herr, der sich mit einem Verkaufsgericht zu holen, muss ich mich überraschauen. Ich würde mich überraschieren, dass das ein Problem ist... Ich würde mich überraschieren, dass es nicht zu hören. Es ist ein Problem, was es? Ah, das ist... Es ist auch ein Problem mit der Ester gekommen. Oh... Ach so, wenn ich mich gerne mag. Ich habe mich daran interessiert, dass ich mich daran interessiert. Yuli... Aber was das verändert sich auf die Reichweite des Reichweites? Ich muss das selbe, die die heißt, die Reichweite der Reich auch zur Ermessung haben. Aber sie müssen die Reichweite für den Reichweite. Ich war für mich, und wir waren ein Zeug. Ich kann nicht ihre Vorsehneiden einfach gar nicht so sch Rahmen. Ich finde die Uh� und ich bin die Zeit, und ich bin die Reichweite und habe die Reichweite die Lage aus. Ich glaube, wie ich das jetzt wiederum. Ich glaube, du hast es geschafft, Yuri. Das ist, ich glaube, dass du willst, wenn du ihn nicht mehr erfunden hast, wasst du es nicht mehr so, wasst du für dich? Werden der Bedeutung von der Abenteuerung verletzt, der sich dann auf die Reise in die Reise macht? Ich habe ihn nicht getan. Ich habe mich nicht getan. Ich weiß es. Aber... ...hier kommt, ob es etwas verändert hat? Es hat sich verändert, wasst du in der Reise? Oh, wait, ich auch! Ich habe wieder getan. Ich bin nur... Ich möchte, dass ich mich vor. Oh, Furen... Oh, was ich? Wie kann ich das? Wie kann man das machen? Ich kann es nicht sagen, ob ich es gut sagen kann. Warum? Ich habe mich daran verändert. Ich habe mich daran verändert. Ich habe mich daran verändert. Genau so. Ich verstehe. Herr Junge! W-W-W-W-K? Achtung an dem Sie zu einem Chef. Ok? Ist das gut? Ich möchte mich nicht weiterentwickeln. Ich bin sehr gut, aber ich habe keine Chance für mich. Ich kann mich auch für die Beleidung sein. Furen hat sich zu glauben, dass sie Beleidung an. Ja. Ich kann mich nicht mehr über die Beleidung sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, jetzt bin ich ganz allein und ich weiß, ich hab schon wieder so schnell gedrückt, es tut mir leid, irgendwie ist das eine blöde Angewohnheit von mir. So, hallo kleines Kind, weißt du was für Pflanzen, was das für Pflanzen sind, sie kommen alle aus den Tolbykustischen Tropen, hier auf diesem Kontinent regnet es viel. Hallo, möchtest du etwas aus der These wissen? Äh, vor allem ist die Tres des Tages, Morgenstern plus 1, Lederpeitsch plus 1, Rundschild, Brille, Kindersohnbrille, halbgerahmte Brille. Aha, ich hab null davon. Der Kampf ist zu lässig, aber manche halten sie für einen Modetrend. Okay, schmierig ja. Äh? Ja? Da? 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achso, Apatia? Es war eine große Korte für Core. Ich habe gesagt, dass ich da drin war, aber es war ein Unterschied. Hm, Apatia. Oh, Yuriy! Hey! Oh, mein Kind! Ich würde es nicht so gut gehen. Ich würde es nicht so gut gehen. Ich würde es nicht so gut gehen. Das war's für heute. Super, man muss es nur einen Moment sein, wenn man sich auch auf einmal aufschümmert. ... 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 Ich glaube, es geht einfach, kurz. Dann gehen wir. Wie geht's mit? Blattdalliance? Ich will die Abwech, ich habe dich zurück. Ich habe die Finde genommen. Das ist ja, ich habe mich gefunden. Ich habe mich in der Oberfläche auf den Mond, der Siege gehalten. Vielleicht sind die beiden. Oberfläche? Ich denke, dass ich mich nicht so fühlen, wie es ich in der Erde nicht verliehen. Ich habe mich darauf, was ich damit zu tun? Das war's für heute. Ja, wenn du mit der Katze in der Katze gesehen hast, ich habe gerade in der Katze gesehen, dass Ritas Bein die ganze Zeit nervös zuckt. Und ich weiß, ich habe es schon wieder zu schnell weggedrückt, es tut mir leid. Ich kann mich nur oft genug dafür entschuldigen. Mark der Fortuna, Hauptsitz. Das sieht so richtig aus. In dieser Stadt lebt es sich gut. Die Leute sind freundlich, es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt und das Beste, die Präsidentin ist nicht hier. Ist nicht hier. Das ist Kaufmanns Zimmer, wenn wir da reingehen, kriegt sie einen Anfall. Sie? Ich glaube, es ist nicht zu kalt und das Beste. Gut, das ist der Hauptsitz des Marktes, der Fortuna. Die Präsidentin ist gerade nicht da. Wom geht es? Naja, eigentlich wollte ich nur mal vorbeischauen. Die Präsidentin guten Tag sagen und so, weil sie ist ja auch eine schwerbeschäftigte Frau und hat auch Bedürfnisse. Mein Gott. Damit meine ich jetzt keine sexuellen Bedürfnisse. Die jetzt wahrscheinlich auch, aber die meine ich jetzt nicht. Auf zur Weltkarte. Was gibt es hier Neues an Monstern? Eine Magerin, okay. Die altbekannten Viecher. Was ist das da oben? Eine Raststation, wollte ich sagen. Aber dann kommen wieder irgendwelche Magerinnen und... Und... Räuber kommen auch noch. Erlernt. Was hast du erlernt? Photon. Moment, Photon war irgendwas Lichtmäßiges, glaube ich. Okay, die Hexe, ähm, Magierin. Wobei, vielleicht ist sie auch eine Hexe. Ist schon mal Game Over. Hallo, ihr Ritter? Nein, auf keinen Fall. Weißt du was? Toll, ich bin dem Feuerball ausgewich, ja? So, haut ab. Fallendes Laub. Ey, du bleibst hier. Frau. Da hinten ist noch eine. Ausweichen. Ich knöpfe mir die davor. Hier bleibst du. Hast du ihn gerade mit dem Schild geboxt? Äh, sie. Toll. Esteliz hat null Mana und mein Hund hat eins. Geist, jawohl. Karol Ja, und da ist gerade was im Wald, ich habe es genau gesehen Photon Kräft ein Gegner mit einer Lichtexplosion an Wusste ich doch, irgendein Lichtzauber Verdammt, no Gut, ich könnte einen Orangenbombung nutzen, aber nä Du Hund Ja gut, jetzt kommt mein Kiddy auch mal dazu zu kämpfen Ja, irgendwas, Schmettertreffer So, so kann ich das auch mal ein bisschen leveln Ich glaube, jeder Schlag bringt einen Mana-Punkt Ey Boah, was hast du gerade für einen Move gemacht, Kleiner Mein Knie, wenn ich die ganze Zeit so da sitze Aber wie ging das Verteidigung, jawohl, kritische Abwehr Aber wie ging das nochmal mit dem Modus da Ja, das ist über Limit Ja, ne, der Patsch ist stärker als er belastet Moment, ich sollte auch mal Toll Solltet ihr auch mal eure Klamotten Moment, ein Buch Solltet ihr vielleicht mal Bücher kaufen Lähmungs Achso, Lähmungswehr, nicht Lähmungsgewehr Moment, das schützt für Lähmung, oder? Juri, für dich Normaler Alltagstiefel, sind sehr bequem Bankenkampf Achso, bieten Verteidigung Vermeidung von Lähmung, leichte Winterassistenz Äh, Winterassistenz Yeah Ähm, gibt's irgendwo Sporten, jawohl Kampfstrategien Koch-Einstellung Obst und Milch Hacksteak Charakter-Details Hier eine neue Figur Oh, du bist so hübsch Du bist cool Resistenz-Attribut gegen Wind Und bist Wind-Resistenz Du auch Okay Zusammenfassungen zeigen Okay, ich muss mal gucken Vielleicht steht da irgendwo Es mit Überlimit Oh, zu weit Tiefen müssen wir uns ein Mädchen Angriff des Jägers Stelizvoll bringt ein Wunder Ganz zu geben Nee, das heißt auch nicht Das heißt auch nicht Das heißt auch nicht Achso, es ist eine Ekonologie Hier steht gar nicht, wie man das über Limit machen kann Verdammt Kampfbuch Hier bestimmt Wo ist das Überlimit? Da! Überlimit Kann mit L aktiviert werden Das habe ich doch gedrückt? Hä? Moment Komm mal leer, Mistvieh Achso Ich muss nach unten drücken Äh Äh Da ist das Mistvieh Na gut, das Überlimit ist weg Aber macht nichts Gut, das muss ich mir merken Den linken Stick nach unten drücken Nicht auch drauf drücken Was ich gemacht habe Willkommen im König der Abenteurer Oh, ihr seid es Freut mich, euch wiederzusehen Ich habe mir schon gedacht Euch kenne ich doch irgendwo her Ja, ist schon ein Weilchen her Was für ein glücklicher Zufall Dass wir uns wieder treffen Ich war mir sicher Dass wir den wieder begegnen würden Oh, großer Bruder Blub wie immer Wer ist das denn? Das sind Karin und ich Sie reisen durch die Lande Und führen eine Gaststätte Schön, dich kennenzulernen Näh Ebenfalls Und Herz Na klar Ihr seid in einer größeren Gruppe unterwegs Als beim letzten Mal hinlebt Vielleicht möchtet ihr kurz einkehren Und euch ausruhen Ja, ich könnte eine Rast vertragen Einverstanden Ich bin auch ziemlich müde Also gut, wir nehmen euer Angebot an Bitte Fühlt euch wie zu Hause Ja, ja, ja Ich dachte, das Schwert wäre Jurisch Schwert Aber wahrscheinlich gehört es dem Typen da Hm, das Schwert sieht ja richtig antik aus Hm? Ich habe auch nur ein gewöhnliches Ritterschwert Die Klinge ist auch schon stumpf Das ist nur mehr eine Antiquität Zu nichts mehr Zu nichts mehr nutzt im Kampf gegen Mensch oder Vieh Hat das Schwert eine besondere Bedeutung für dich? Es gehört jemandem, den ich respektiere Ich war 15 damals Du warst 15? Wie weit bist du jetzt? 28 13 Jahre Hm, das ist eine ziemlich lange Zeit Gigantomonster So nennt man eine Art von Riesenmonster Die auf der ganzen Welt verbreitet sind Oder ist Habe ich jetzt nicht gelesen Das letzte Wort Ich habe gehört, dass ein Ausfattungs-Trupp, den das Reich ausgesandt hat Vollkommen vernichtet wurde Ich kann erst in meine Heimat zurück Wenn das letzte dieser Monster gefallen ist Und ich wette, das ist auch ein Quest Dass wir alle diese Monster vernichten müssen Und warum das? Da gibt es wohl etwas, das du uns verschweigst Vielleicht können wir dir helfen Ich scheint dir ziemlich zuzusetzen Aber versteht ihr? Ich weiß zwar nichts genaues Aber du hast dich verpflichtet Aber du hast dich verpflichtet Das selbst zu erledigen Nicht wahr? Ja Dann sollten wir uns auch Dann sollten wir es auch ihm überlassen, Carol Ja Okay, ich dachte eigentlich Das wäre so eine Art Quest Ja, es ist tatsächlich schon Das wäre fast Also der Anfang des Genas war gespielt Aber der Also die Hälfte des Genas war gespielt Und die andere Hälfte war ernst Habt ihr gut geschlafen? Ja, wie ein Stein Wenn ihr unsere Kutsche wieder mal sehen solltet Dann schaut doch herein Ja, vielen Dank Sehr freundlich Wo ist... Ähm... Rika? Wo ist Rika eigentlich? Tschüss Großer Bruder Wie oft soll ich es dir noch sagen Sei doch ein bisschen freundlicher Vielleicht hätten wir ihnen helfen sollen Können nicht alle Probleme der Welt lösen Aber wenn wir diesen Monstern zufällig begegnen sollten Könnten wir uns ja um sie kümmern So hilfsbereit können wir ja schon sein Ja, ist gut Ja, und eins dieser Monster ist wahrscheinlich im Wald Äh, hier, ähm Äh... Ach komm, dieser eine Wald Da, wo wir diese Buntbären oder wie die hießen Gejagt haben Da wird nämlich im Hintergrund eins rumstampfen sehen Ah, wie geht es dir? Wie geht es? Gut Toll Willkommen in unserer... Der Herberger zum König des Amt Ja, ja, ja Nee, warum willst du? Okay Ich gehe erstmal zurück Speichern und den Path binden Aber ich habe gesehen, dass man da wahrscheinlich noch weitergehen kann Gut Komisch, dass Rika jetzt in der Katze nicht zu sehen war Aber egal Sie muss ja nicht überall sein Nein, ich mag Rita Dann würde ich sagen, das war Tales of Vesperia Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Oh, Definitive Edition Nee, nochmal Das war Tales of Vesperia, Definitive Edition Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Für dich